Wahnsinn es ist wirklich möglich wie in einem science fiction nissan hat ein system vorgestellt das ermöglichen soll autos mit gedanken zu steuern Und es ist nahezu serienreif brain to vehicle technology heißt die neue technologie Wie das funktionieren soll jetzt in klick zum science fiction herzlich willkommen Über das steuern eines flugzeugs mit gedanken haben wir ja hier schon mal berichtet aber das jetzt bei nissan ist ein ganz anderer schnack Nochmal zum flugzeug stadt mit einem steuerknüppel ist es mit einer haupe möglich Flugzeuge eben nur mit gedanken zu steuern ein steuerknüppel ist nicht mehr nötig allein die hirnströme steuern das flugzeug im flugsimulator Durch das direkte feedback also dadurch dass die piloten sofort sehen was ihre gedanken bewirken ist die steuerung bereits mit relativ großer Präzision möglich mit hilfe von Elektroenzephalographie elektroden werden die befehle gegeben normalerweise werden diese elektroden eingesetzt um in der forschung Aktivitäten in bestimmten hirnregionen zu messen oder auch in der medizin um störungen im gehirn Aufzuspüren aber dass ein gedanke damit entschlüsselt werden könnte das war bisher noch nicht möglich und jetzt scheint es zu gehen Zumindest rechts und links können damit als befehle gemessen werden allerdings so beruhigen die forscher Wirkliche gedanken können so nicht gelesen werden allerdings ist der algorithmus der an der technischen universität münchen entwickelt wurde so ausgefallen Dass er die beiden anweisungen rechts und links aus den hirnsignalen Auslesen kann hier oben links im bild ist zu erkennen wie stark die befehle im gehirn gegeben werden und dann zur steuerung Verwendet werden die genauigkeit ist zwar schon ziemlich beachtlich aber noch nicht so hoch wie bei einem steuerknüppel das liegt auch daran dass die Rückkopplung der kräfte die an einem steuerknüppel anliegen fehlt es fehlt ein gegendruck wie an der steuerung eines flugzeugs Wie er da zu spüren ist jetzt hat nissan das verfahren aber deutlich präzisiert und praxistauglich gemacht Dabei hat der autohersteller eine vorstufe gefunden die einfach aber genial ist die signale werden dabei nicht zum kompletten steuern benutzt sondern Die technik lernt vom fahrer oder der fahrerin was vor einem ereignis im gehirn passiert dabei sehen die Elektroenzephalographie elektronen auch viel eleganter aus sie lesen dann tatsächlich Gedanken und zwar nicht nur rechts und links sondern auch bremsen lenken gas geben und so weiter da das gehirn die befehle Millisekunden vor der eigentlichen handlung gibt kann das fahrzeug jetzt auch auf diese befehle Millisekunden vorher reagieren erschrecke ich mich also will eine notbremsung machen weil ein unfall droht weiß das fahrzeug etwas früher bescheid Und kann sich schon darauf vorbereiten genauso bei allen anderen funktionen die fahrerin oder der fahrer sollen davon überhaupt nichts merken außer dass alles Vielleicht einen hauch schneller geht ich finde das ja teilweise bei modernen autos eine ziemliche katastrophe Die brauchen teilweise so eine gedenksekunde wenn man aufs gas tritt bis es dann Wirklich los geht mit der neuen technologie soll das der vergangenheit angehören also dann haben wir wieder autos wie früher die sofort irgendwie Losgegangen sind weiter gedacht hat das aber ihre konsequenzen das hätte ich ja schon mal beim flugzeug thema überlegt wenn wir wirklich in der lage wären unsere umgebung Dann mit gedanken zu steuern weil dahin kann sich das ja entwickeln würde sich alles dramatisch verändern griffe schalterknöpfe Alles würde verschwinden ja weil man es ja mit gedanken steuern kann und wenn dann noch die anzeigen von temperaturen geschwindigkeiten Und so weiter in eine brille oder in kontaktlinsen wandern also dort eingespielt werden dann stehen wir vor einer umfassenden verwandlung der wirklichkeit Denn dann wird die realität erst durch die zusätzliche virtuelle realität die Augmented reality komplett erst wenn ich im auto die geschwindigkeit in einer brille oder in den kontaktlinsen Eingespielt sehe kann ich es mit meinen gedanken steuern und auch meine gedanken gehören dann zu dieser realität Sie werden unmittelbar wirklichkeit wenn ich dem auto befehle zum beispiel schneller zu fahren und das ist wirklich science fiction Und wirklich ein bisschen verrückt das verschmelzen von virtueller und realer realität Wenn ihr kein video zu diesem thema und auch zu allen anderen themen verpassen wollt dann drückt mir hier ein abo aufs auge und vergesst nicht den Genau auf die glocke nur dann werdet ihr auch immer über neue videos informiert hier geht es weiter mit dem flugzeug wie du natürlich dafür draufklicken Gedanken steuern flugzeug ansonsten bis dann Bleibt dran